Die 5 besten Last-Minute-Goals aller Zeiten Sergio Ramos gegen Atletico Nee Nicht Agüero Is Nummer 1 Diné Nummer 2 Sergio Roberto Is Nummer 3 Last-Minute-Goals Is Nummer 4 Boah! Zählt Götze? Neee! Ronaldo gegen Atletico? Neee! Aber wir sind im richtigen Wettbewerb! Manolas Finale? Ah, Didier Droppa gegen Bayern! Neee, aber um die Zeit rum! Arjen Robben gegen Dortmund Is Nummer 5!